Im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinales fegte der neue Klub die San Jose Sharks mit 7 zu 0 vom Eis und führt in der Best-of-Seven-Serie 1 zu 0. Punkt, 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 Punkt. Das Team aus der Glücksspiel-Metropole Las Vegas bleibt damit in der Meisterrunde ungeschlagen. Punkt, 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 Punkt. Die Golden Knights, zur laufenden Saison als 31. Franchise aufgenommen, hatten die Hauptrunde als zweitbeste Mannschaft abgeschlossen und im Achtelfinale die L.A. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Kings um den deutschen Nationalspieler Tobias Rieder mit 4 zu 0 ausgeschaltet. Punkt, 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 Punkt. Nie zuvor war einem NHL-Team in seiner Premieren-Saison 1 zu 0 Sieg-Sweep in einer Playoff-Serie gelungen. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Die Golden Knights führten schon nach dem ersten Drittel 4 zu 0, sieben verschiedene Torschützen sorgten für den Kantersieg. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Der Titelverteidiger gewann nach 0 zu 2 Rückstand 3 zu 2 bei den Washington Capitals und holte sich die 1 zu 0 Führung. Punkt, 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 Punkt Torhüter Philipp Grubauer kam bei den Caps nicht zum Einsatz Pittsburgh drehte das Spiel innerhalb von 5 Minuten im Schlussdrittel Punkt, 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 Punkt Crosby, 46. und Jake Gwenzel, 48. trafen Punkt, 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 Punkt Für Crosby und Gwenzel waren es jeweils die Playoff-Treffer Nummer 7 Kühn-Hackel spielte 9 Uhr 20 Minuten Punkt, 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 Punkt Punkt, 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 Punkt Vielen Dank.